Herzogin Mekan, neue Affrontkrönung geplant? Ob bei Hochzeiten oder zu runden Geburtstagen, die Planung der Sitzordnung ist in der Regel die größte Herausforderung für die Gastgeber, innen. Wenn es dann auch noch um eine Krönung geht, dann ist diese brisante Aufgabe kaum an Pikanterie zu übertreffen. Keine Frage, der britische Palast muss sein Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen. Familie, gekrönte Häupter aus den europäischen Königshäusern, Regierungsabgesandte in der Westminster Abbey versammelt sich am 6. Mai 2023 die Crème de la Crème, um dem großen Tag von König Charles, 74, beizuwohnen. Ein historisches Ereignis, bei dem nichts in Schieflage geraten darf. Ein zugegebenermaßen herausfordernder Job. Der durch zwei Risikofaktoren im schlimmsten Fall zum Albtraum werden könnte. Herzogin Mekan, 41, und Prinz Harry, 38, hüllen sich bislang noch in Schweigen. Ihre Teilnahme an den Krönungsfeierlichkeiten für Charles und Königin Camilla, 75, ist bislang noch nicht bestätigt. Dennoch werden sie in der Planung berücksichtigt. Der Palast muss alle möglichen Varianten im Visier haben. Die Sitzordnung für die Familie scheint dabei bereits gesetzt. Und wenn nun auch die größten Sus-Ex-Kritiker laut aufstöhnen werden, das Paar soll laut Mera angeblich nach der aktuellen Rangordnung platziert werden. Das bedeutet, statt im Abseits werden die Exil-Royals inmitten derer sitzen, die von ihnen in den vergangenen Monaten unverblümt ihr Fett wegbekommen haben. Eine Entscheidung, die nicht überraschen dürfte, bereits während des Gottesdienstes anlässlich der Beisetzung von Queen Elisabeth, 96, im September 2022 sah man Mekan und Harry in der Reihe hinter König Charles und seiner Frau. Die beiden erhielten den innen laut Thronfolge zustehenden Platz neben Prinzessin Beatrice, 34, und ihrem Mann Eduardo Mappelli-Mozzi, 39, selbst der durch einen Missbrauchsskandal in Ungnade gefallene Prinz Andrew, 63, durfte sich an prominenter Stelle ganz vorne bei seinen Geschwistern einreihen. Eine streng nach Protokoll getroffene Entscheidung, die von vermutlich nicht wenigen infrage gestellt wurde. Jedoch für den neuen Monarchen als gesetzt galt. Punkt. Klingt nach einer einfachen Sache, doch trotz der hierarchisch vorgegebenen Lösung dürfte insbesondere die Aufnahme der Susexes in die Mitte der königlichen Familie innerhalb der eigenen Reihen für reichlich Zündstoff sorgen. Die Netflix-Dokumentation des Paares und Harrys im Januar veröffentlichten Memoiren haben verbrannte Erde hinterlassen. Die Stimmung gegenüber dem angriffsfreudigen Paar dürfte getrost als feindselig bezeichnet werden. Unverholene Ablehnung von der royalen Verwandtschaft spülten die beiden bereits deutlich während des Dankgottesdienstes zum Platin-Jubiläum der Königin im Juni 2022 und auch beim traurigen Anlass ihrer Trauerfeier. Nach den neuesten Enthüllungen der rätseligen Ex-Senior Royals wird ihnen vermutlich ein noch frostigerer Empfang bereitet werden. Sehr viele Verwandte werden ihnen die kalte Schulter zeigen. Einer sagte zu mir, ich hoffe, sie werden in Island sitzen, plauderte eine angeblich der Königsfamilien nahestehende Quelle gegenüber Delimel aus. Und erklärte, viele in der Familie wollen einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Wenn sie sie bei der Krönung sehen müssen, dann ist das eben so, aber sie wollen nicht mit ihnen verkehren. In dieser Frage sind Charles die Hände gebunden. Dem Protokoll wird Genüge getan. Doch der Umgang hinter den Kulissen obliegt den Beteiligten, ob er will oder nicht. Doch auch der König scheint nicht blauäugig den verlorenen Sohn und seine Frau in seinen großen Tag zu integrieren. Das Rampenlicht soll am Tag der Krönung nur ihm und Camilla gehören. Die Kameras werden überwiegend auf den Monarchen und seine Gemahlin gerichtet sein. Sein Jüngster und Mekan werden nach dem Wunsch der Planer keine übersteigerte Aufmerksamkeit erhalten. Ihre Sitzplätze dürften bei der TV-Übertragung nur gestreift werden. Ein Affront? Sympathisanten der Sussexes witterten bereits beim Staatsbegräbnis der Queen eine offensichtliche Schmähung von Mekan. Eine sie verdeckende Kerze nahe ihres Sitzplatzes sorgte für empörte Reaktionen im Netz. Eine Szene, die es sogar in die viel beachtete South Park-Folge schaffte, die unmissverständlich als eine Persiflage auf die Sussexes zu werten ist. Der Folge der Animationsserie mit dem Titel Worldwide Privacy Tour, zu deutsch, die weltweite Privatsphärentour, dreht sich alles um den Prinzen von Kanada und seine Frau, die sich in einer Kleinstadt in den Bergen niederlassen. Die Ähnlichkeiten der Figuren mit Harry und Mekan sind fabierend. Dass der Palast tatsächlich mit purer Absicht die Herzogin von Sussex hinter einer Kerze versteckte, ist allerdings nicht belegt. Als Gerücht dürfte auch die angebliche Forderung der Sussexes nach einem gemeinsamen Auftritt mit Charles und Camilla nach der Krönungszeremonie auf dem Balkon des Buckingham Palastes betrachtet werden. Dies sei eine Bedingung für ihre Teilnahme, berichtete Oké noch Mitte März sobald die Prozession den Palast erreicht. Wird der König auf den Balkon gehen und der Menge mit den übrigen Mitgliedern der königlichen Familie und ihren Kindern zu winken? So des Magazins Dies ist der Ort, an dem Harry und Mekan um Aufnahme gebeten haben. Anführungszeichen Ein Anliegen, das insbesondere Harry nicht ernsthaft formulieren dürfte. Der Königssohn sollte wissen, dass lediglich arbeitende Royal Sweet Thronfolger Prinz William, 40, und die Prinzessive Valis, 41, mit ihren Kindern einen Anrecht auf den historischen Auftritt neben dem Monarchen und seiner Frau beanspruchen können. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Krönung des britischen Monarchen. Doch während eigentlich der Fokus auf dem pompösen Event und dem neu erblühenden Glanz der Krone liegen sollte, richtet sich das Spotlight immer wieder auf Mekan und Harry. Selbst wenn die beiden also in der zweiten Reihe der Westminster Abbey Platz nehmen sollten. Ohne von den Kameras in den Mittelpunkt gerückt zu werden, dürften sie selbst als Schattenfiguren erneut zu aufsehenerregenden Lichtgestalten in der weltweiten Berichterstattung stilisiert werden. Verwendete Quellen, Mirakoook, Delimilkoook, Okekoook. Verwendete Quellen, Klasse, 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 Klasse. Verwendete Quellen, eine schwachige Schatten, Direkt im Wольшsache, Klasse, 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 Klasse. Werden Sieb, Klasse, Klasse, Klasse. Wannsland, ich meine Frage, Klasse, Klasse, Klasse. Das ist oft ein kurzer Immer. Wobei je die Frau, Klasse, 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 Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020